Stetze-Kalandler, wieder eine Hilfe, um diesen Lauf logisch zu verstehen. Lauf Bei Zug Lauf Im zweiten Teil gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder? Im zweiten Teil erkenne, dass jeweilige Teile kleine Motive sind. Im zweiten Teil erkenne, dass jeweilige Teile kleine Motive sind. Diesen Laufzug hat den Ton auf der dritten Reihe. Und der Schuh von der zweiten. Das Geripp besteht schon. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig. Ich habe den Ton, wer den nicht hat, einstimmig.